Yo Internet, zieht euch das rein! Ja, so sieht's aus. Vor ein paar Wochen habe ich bereits meine Umfrage gestartet und dort ein T-Shirt-Design vorgestellt und mal gefragt, hey wer hat ein Interesse daran. Und jetzt ist es soweit, das erste Lost Merch ist am Start. Mein erstes Merchandise und zwar T-Shirts. Wie ihr seht, hier mit dem Lost Logo im Gamer Lifestyle. Simpel gehalten, die erste Edition des Ganzen gibt's hier verfügbar als T-Shirt auf der Seite gigat.de. Das Ganze ist eine Kampagne und wir müssen hier 20 T-Shirts erreichen, die verkauft werden müssen, bis die T-Shirts entsprechend gedruckt werden. Ihr habt hier die Möglichkeit, sowohl das hier gezeigte schwarze T-Shirt mit dem Logo zu nehmen, als auch ein weißes, ein dunkelgraues und natürlich auch für die Girlies da draußen. Das Ganze ebenfalls in weiß-girly, schwarz-girly und grau-girly. Ich werde euch dazu noch ein paar Bilder hier einblenden, damit ihr noch einen Überblick habt, wie das Ganze auch aussieht. Wenn ihr hier auf der Seite dann seid, könnt ihr euch einfach hier unten überkaufen. Das Ganze kostet 14 Euro. Hier einfach draufdrücken und dann entsprechend auswählen, welche Größe ihr haben wollt. Natürlich die Anzahl und hinten dann natürlich, ob ihr entweder T, das ist also männlich, schwarz, weiß oder dunkelgrau oder eben Girlies Shirt haben möchtet. Und sobald wir die 20 Shirts erreicht haben, ist auf jeden Fall der Druck safe. Die ganze Kampagne geht 30 Tage. Das heißt, nach Ablauf der Kampagne gehen die Shirts, wenn sie das Limit von 20 Stück erreicht haben, dann in den Druck und werden innerhalb von 14 Tagen erreicht. Ich habe das extra so gewählt. Wir haben dann noch genug Zeit, dass die Shirts zum Beispiel bis zur Gamescom an alle ausgeliefert werden, die einfach eins bestellt haben. Damit wir uns natürlich auf der Gamescom entsprechend auch treffen können und ihr dort natürlich auch das Shirt anhaben könnt, wenn ihr es natürlich wollt. Also schaut doch mal vorbei. Ihr könnt mich damit unterstützen. Das erste Merchandise von meiner Seite aus. Ja und schreibt jetzt doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein und schreibt doch am besten gleich mal dazu, ob ihr vorhabt, euch ein T-Shirt zu holen und in welcher Farbe das Ganze. Und wenn nicht, dann schreibt doch mal dazu, was ihr vielleicht anders machen würdet. In diesem Sinne kann ich nur sagen, bei euer Ziel immer am Auge. Ich bin erstmal raus. Euer Lost.